hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren video von mir ist freut mich wieder riesig dass ihr heute eingeschaltet habt bevor wir heute mit den spannenden themen beginnen würde ich mich riesig darüber freuen wenn die 65 prozent von euch die aktuell noch keine abonnenten dieses kanals sind dies nun ändern warum ich versuche täglich neue videos zum thema bitcoin und kryptowährungen zu veröffentlichen um euch up to date zu halten und damit würden wir eine wunderbare win-win situation generieren gucken wir uns heute auch wieder drei sehr spannende themen an zum einen gucken wir uns an wie die paypal aktie um über 17 prozent steigen konnte nachdem das bitcoin angebot veröffentlicht wurde außerdem gucken wir uns an warum sehr sehr viele bitcoin investoren sehr bärisch sind und bärischer sind als eigentlich gedacht und zu guter letzt gucken wir uns noch an wie ein hacker über acht millionen us dollar in nxm erbeuten konnte und das indem er den ceo gehackt hat gucken wir uns das allererste thema und hierbei geht es um die paypal aktie die in gewisser weise durch den bitcoin massiv ansteigen konnte es ist nämlich so dass wir nun am montag ein rekord hoch erreicht haben wenn es um den wert der paypal aktie geht und dabei konnte zusätzlich paypal auch noch nasdaq und quasi den us aktienmarkt komplett outperformen jedenfalls wenn man sich die performance des tages anguckt in dem fall konnte also die dieser tag index nasdaq 6,5 prozent einzulegen der s&p 500 lag bei 3,5 prozent und paypal konnte um über 17 prozent ansteigen eine wirklich wahnsinnig positive entwicklung das ganze hat natürlich damit zu tun dass also der bitcoin also einige kryptowährungen in dem fall nicht nur der bitcoin in zukunft auch über paypal handelbar sind wir haben schon mitbekommen in amerika hat man bereits die möglichkeit den bitcoin zu kaufen zu verkaufen genauso wie es hier im leitcoin bitcoin cash und weitere kryptowährungen werden vermutlich ebenfalls folgen das ganze hat natürlich riesige auswirkungen auf das wie wie funktionieren also kryptowährungen natürlich bleibt die technologie die gleiche aber ich habe natürlich als endverbraucher die möglichkeit deutlich einfacher mich mit der thematik auseinandersetzen zu können ich kann also nun sehr sehr einfach mit fiat geldern dann kryptowährungen kaufen und diese halten ich muss mir also quasi keine informationen anlesen zu dem ganzen thema sondern ich kann einfach kaufen und verkaufen wie ich es möchte am ende gibt es natürlich trotzdem gebühren für entsprechende transaktionen aber es sieht auf jeden fall nach einer unglaublich großen marktlücke in anführungsstrichen aus denn das ganze wird natürlich dazu führen dass über 300 millionen user in einigen jahren die möglichkeit haben werden kryptowährungen über paypal zu kaufen und zu verkaufen genauso wie über 28 millionen händler man schafft also eine riesige welle an akzeptanz in dem ganzen bereich und das sind eben sehr sehr positive neuigkeiten über die wussten wir bereits bescheid aber nun ist es auch so dass also der bitcoin kurs der ist ja relativ hoch aktuell unterwegs wir sind bei über 19.400 us dollar zum jetzigen zeitpunkt das kann sich natürlich auch in den nächsten stunden wieder verändern hat das dafür gesorgt dass die paypal aktie in dem fall massiv zulegen konnte eine performance von über 17 prozent heißt schon etwas am aktienmarkt heißt natürlich auf der anderen seite auch dass immer mehr kunden oder aktionäre daran glauben dass paypal in der zukunft eine sehr wichtige rolle spielen wird und die richtigen entscheidungen trifft das vertrauen wächst in dem kontext natürlich automatisch und da bin ich sehr gespannt wie es dann hier in zukunft weitergeht auf jeden fall ist das schon mal der richtige weg und ich bin gespannt ob weitere zahlungsdienstleister in zukunft hier nachziehen werden und dann ebenfalls die möglichkeit bieten werden kryptowährungen handelbar zu machen vor allem bin ich natürlich über die ganzen regulatorischen dinge sehr gespannt und neugierig was da so in der zukunft passieren wird denn ich denke dass einige länder und regierungen etwas dagegen haben könnten was haltet ihr von dem ganzen thema schreibt es gerne mal unten in die kommentare falls ihr aktuell noch weihnachtsgeschenke sucht dann solltet ihr euch auf jeden fall die ersten beiden links in der video beschreibung einmal angucken gucken wir uns das zweite thema und hierbei geht es um eine studio dass bitcoin investoren aktuell bärischer sind als gedacht und zwar hat genesis mining nun eine studie erhoben insgesamt haben sie 1000 bitcoin investoren gefragt wie sie aktuell zum thema bitcoin stehen und wir haben hier relativ große investoren dabei das bedeutet dass ein viertel der investoren die hälfte ihres vermögens in den bitcoin investiert haben 25 prozent zwischen 10 und 50 prozent bei 25 prozent war es dann so dass sie mindestens ein bis zehn prozent investiert haben ihres vermögens und der rest lag unter einem prozent und in dem fall gehen die aussichten für die zukunft extrem weit auseinander es gibt einige personen 45,5 prozent der befragten die glauben dass der aktienmarkt in den kommenden fünf bis zehn jahren bessere erträge liefern wird als der bitcoin dann gibt es einige die davon ausgehen dass wir im jahr 20 30 zwischen 10 und 20.000 dollar liegen werden es gibt sogar ganze zehn prozent die davon ausgehen dass wir dann zwischen 1000 und 5000 dollar liegen werden eine komische angelegenheit gerade wenn man mal daran denkt dass eben sehr sehr viele teilweise zwischen 10 und 50 prozent ihrer bestände oder ihres vermögens in den bitcoin investiert haben da sind solche aussagen doch ziemlich eigenartig wenn man eben daran nicht glaubt warum investiert man denn eigentlich in den bitcoin müsste man sich fragen sieben prozent davon glauben dass der bitcoin zwischen 40 und 50.000 dollar liegen wird und dann gibt es natürlich auch einige die ultra bullisch unterwegs sind und die davon ausgehen dass wir über 500.000 us dollar stark unterwegs sein werden wir müssen natürlich auch erst mal die ganze marktsituation betrachten der bitcoin konnte im jahr 2020 um 160 prozent ansteigen und vor allem hat er durchschnittlich ein jährliches wachstum von über 200 prozent hinbekommen würde wenn man eine mülschmädchen rechnung natürlich anstrebt darauf hinauslaufen dass wir im jahr 20 30 bei mindestens 400.000 us dollar liegen würden ob das wirklich realistisch ist da bin ich mir nicht ganz sicher obwohl ich davon ausgehe dass wir in den kommenden jahren noch einen massiven anstieg sehen werden trotzdem muss man sich ja die frage stellen warum also so viele investoren wenn also 1000 gefragt werden und die teilweise 10 bis 50 prozent oder sogar noch mehr ihres vermögens in den bitcoin investiert haben warum sie dann davon ausgehen dass der bitcoin gleichbleibend unterwegs ist oder eben entsprechend fällt dann muss man sich doch die frage stellen ob das wirklich das richtige asset ist um in dieses zu investieren vor allem in diesem volumen das verstehe ich ehrlich gesagt gar nicht natürlich verstehe ich auf der anderen seite natürlich dass solche konservativen kursschätzungen durch drohende regulierungen und so weiter so ein bisschen heraufbeschworen werden aber auf der anderen seite muss man eben auch in betracht ziehen dass man den bitcoin in der art und weise kaum regulieren kann weil er dezentral funktioniert ich brauche lediglich eine internetverbindung und kann dann direkt anfangen zu handeln und ob das dann am ende natürlich komplett sauber ist das muss man sich dann selber ja in frage stellen am ende wird es trotzdem darauf hinauslaufen dass niemand den bitcoin verbieten kann und ob entsprechende regulierungen darauf hinauslaufen werden dass der bitcoin preis dann so massiv fällt oder gleichbleibend unterwegs sein wird davon gehe ich persönlich nicht aus aber wir werden wohl erst in zukunft herausfinden in welche richtung es tatsächlich geht ich bleibe am ende sehr bullisch und gehe davon aus dass die kommenden jahre extrem spannend für alle von uns werden was haltet ihr von dem ganzen thema und glaubt ihr was diese investoren hier entsprechend kommuniziert haben schreibt es gerne mal unten in die kommentare gucken wir uns das letzte thema und hierbei geht es um einen hacker der über 8 millionen us dollar in nxm erbeuten konnte das ganze lief wie folgt ab und zwar hat der hacker es hinbekommen eine gefälschte versionen von metamask auf dem computer von dem ceo von nexus mutual zu installieren der ceo hat dann angefangen eine transaktion natürlich freizugeben er ging davon aus dass die software die richtige sei und am ende wurden dann 370.000 nxm gestohlen dadurch dass der nxm kurs relativ gut unterwegs ist waren das am ende knapp 8,2 millionen us dollar und das hat direkt dazu geführt dass natürlich der nxm kurs extrem eingebrochen ist man redet hier von 15 bis 20 prozent und am ende war es so ein bisschen die schuld von dem ceo denn am ende hat er die transaktion nicht entsprechend geprüft er hat ein hardware wallet benutzt wollte eine transaktion ausführen und wie wir das ja wissen wie zum beispiel beim ledger den ich euch übrigens auch in dem zweiten link in der beschreibung verlinkt habe es ist ja so dass man also eine transaktion auf dem display nochmal nachvollziehen kann an welcher adresse möchte ich das eigentlich schicken und wie hoch sind eigentlich die bestände die ich verschicken möchte und passt alles und wenn eben hier die adresse auseinander läuft und nicht mehr passt zu der die ich eigentlich eingegeben habe dann merkt man relativ schnell den fehler wenn man das wirklich akribisch kontrolliert denn am ende geht es um kapital und dann müsste man die entsprechende transaktion sofort abbrechen sich ausloggen den computer checken auf viren und so weiter die software entsprechend natürlich entfernen und so weiter und so fort um sicherheitsvorkehrungen zu treffen seine bestände zu schützen das ist ihm eben nicht gelungen er ihm ist das nicht aufgefallen er ist da ein bisschen schluderig unterwegs gewesen hat am ende einfach diese transaktion bestätigt und nicht die empfängeradresse kontrolliert denn die wurde von dem hacker einfach ausgetauscht am ende läuft es nun darauf hinaus dass der hacker versucht natürlich die bestände umzuwandeln in eth aktuell der CEO hat ihm 300.000 us-dollar angeboten wenn er die nxm wieder zurück transferiert was natürlich eine super sache ist auf der anderen seite ja bin ich sehr gespannt ob der hacker es trotzdem hinbekommt die bestände wurden natürlich entsprechend geflaggt und so wird es natürlich deutlich schwerer am ende die bestände auch hier umzutauschen mal sehen wie das ganze weitergeht ich halte euch auf jeden fall auf dem laufenden gut wenn euch dieses kurze und informative video gefallen hat dann würde ich mich riesig über den daumen nach oben freuen und wenn ihr weitere videos zu dem oder anderen themen sehen wollt dann solltet ihr auf jeden fall direkt erst mal ein abo da lassen ansonsten hören und sehen wir uns die tage wieder